Was ist denn das für eine Scheiße hier? Warum werden mir eigentlich immer so niveaulose Nachrichten angezeigt? Was sind das hier für dumme Leute, die mir angezeigt werden auf Facebook? Warum muss mir so eine Scheiße immer angezeigt werden, die mich immer so aufregt? Was ist das alles? Die Antwort ist Filterbläsen. Du ziehst das an, was dir ähnlich ist. Also deswegen bist du umschwemmt von Scheiße und Dummheit. Wunder dich nicht. Änderst du dich, ändern sich die anderen. Seifenspender, sei leise und mach gefälligst Seife. Dieser dämliche, sprachgesteuerte Seifenspender. Was ist denn das für eine unsmarte Erfindung?